Hallo Skorpion, ich möchte euch die Sternzeichenlegung machen für Oktober, genau, das ist eine Kollektivlegung, kann nicht für jeden stimmen, nicht für jeden passen, schaut euch sonst noch Aszendent, Venus oder Mondzeichen an, wenn das gar nicht resonieren sollte. So, wir schauen für Skorpion im Oktober, ob ich die Karten sagen möchte, das war nicht zu viel. So, Skorpion, das Vertrauen, die Segnungen, die Stärke, zusammen mit Spirit Guide. Du darfst vertrauen, du darfst darauf vertrauen, dass die Segnungen in dein Leben kommen und du bist stark, weil du die Unterstützung hast von oben und das ist wunderbar. Jetzt schauen wir noch mit einer Naturgeister-Orakelkarte, was sie uns noch sagen möchten. Öffne dein Herz und vielleicht ist das ein Thema, mit dem du im Moment Probleme hast, aber du sollst wirklich vertrauen, dass dir nichts passieren kann, weil du bist stark und du bist beschützt von oben, also darfst du dir auch erlauben, dein Herz zu öffnen. So, wir schauen da tiefer mit den Karten rein, auf die Orakelkarten und ich nehme zuerst das Vertrauen, was die Karten dazu sagen. Du darfst vertrauen, dass diese Samen, die du gesät hast, wachsen werden und etwas Schönes erwächst. Du darfst darauf vertrauen, dass du siegen wirst für dein Vorhaben und auch wenn du im Rückzug bist und alles von oben ein bisschen anschaust, du hast das Licht bei dir und du weißt, worauf du vertrauen darfst. Du bist im Moment ein bisschen zurückhaltend, du nimmst deine vier Münzen und beschützt dich und der Mond, es ist vielleicht noch etwas im Verborgenen, aber du vertraust und ich glaube, du vertraust wirklich darauf, dass alles gut wird. Der Mond auch für das Unterbewusstsein, ich glaube, im Unterbewusstsein ist dir ganz klar, dass du vertrauen kannst und dass du siegen wirst. Das sind zu viele. Gut. Zwei der Stäbe. Du nimmst diese Position ein, dass du von oben alles anschaust und wirklich mal abwartest und schaust, was passiert. Aber das ist im Moment nicht schlecht, weil dann kannst du dein Vertrauen auch stärken, wenn du alles von oben anschaust und siehst, dass es gut wird. Gut, wir schauen auf die Segnungen. Du hast die Vergangenheit als Königin der Schwerter abgeschnitten. Aber das war notwendig, damit du wirklich jetzt in eine Position kommst, wo du geerdet und stabil bist. Und dein gebrochenes Herz aus der Vergangenheit möchte jetzt wirklich deiner Zufriedenheit weichen. Und das sind auch die Segnungen, die reinkommen möchten. Es ist auf der einen Seite die Balance, dass du dich wieder ausbalancierst. Auf der anderen Seite diese Enttäuschung zu überwinden und sich sehr viel Klarheit und Erkenntnisse zu bekommen. So, wir schauen auf die Stärken und die Söhrgeiz. Die Führung von oben. Der Skorpionmann, König der Kelche. Du bist bei dir. Du kommst zur Ruhe, du fährst in ruhigere Gewässer, lässt die Sorgen los und bist in deinem Nest und bist geborgen. Und dein gebrochenes Herz heilt neben dir. Vielleicht braucht es noch ein bisschen Zeit. Diese Heilung, aber diese Zeit nimmst du dir. Du bist der Eremit. Du schaust dir die Sachen von oben an. Und im Moment schützt du dich noch, dein Herz. Aber du bist stark und du wirst es wieder öffnen können. Zehn der Schwerter. Du bist gerade ein bisschen ausgelaufen und abgeschlagen. Aber das wird dir gehen. Ja, und du wirst unabhängig und stark werden. Wir schauen auf das Herz, das du öffnen wolltest. Diese Last, die du im Moment hast, wo du dich nicht öffnen kannst, das wird gehen, weil es kommen Verbindungen rein. Seelenpartnerschaften vielleicht, Seelenverwandte, jemand, mit dem du dich sehr verbunden fühlst. Und es wird wachsen. Es wird wachsen vom Kind zu einem erwachsenen Menschen. Und das ist das Rad des Schicksals. Also es kommt sowieso. Und du musst dir keine Sorgen machen. Gut, wir nehmen noch eine Krafttierkarte. Wir haben das Murmeltier. Und es ist Zeit, loszulassen. Ja, lass los. Vertraue. Vertraue darauf, dass alles seine Richtigkeit hat. Vertraue darauf, dass die Segnungen in dein Leben kommen möchten. Und vertraue darauf, dass du geschützt bist, geführt bist und stark bist. Gut, wir nehmen noch eine andere Botschaft dazu. Wir haben den Engel des Lichtes. Lass dich vom Licht der Sonne inspirieren. Sie schenkt dir Kraft und Energie. Bitte deinen Engel, dich mit mehr Licht zu erfüllen, damit du Strahlen verbreiten und die Wärme mit anderen teilen kannst. Lass dein inneres Licht immer intensiver werden, so wirst du auch deine Ziele klarer erkennen können. Die Botschaft deines Engels, bist du im Licht, wird dir die engelshafte Erleuchtung gewiss sein. Und diese Gewissheit, dieses Vertrauen, dass dieses Licht strahlen darf. Hier auf dem Sechs der Stäbe auch das Licht, wo angezündet ist. Du hast das Licht bei dir, auch wenn du im Rückzug bist. Und auch wenn du das Gefühl hast, hier mit dem Mond, dass du im Moment irgendwo hinsinkst und es ist alles nicht strahlend. Trotzdem ist das Licht da. Und wenn du die Sachen ein bisschen von der Distanz anschaust, wirst du auch sehen, Ja, es gibt trotzdem die Segnungen in meinem Leben und es geht vorwärts. Und dieses Herz, das im Moment gebrochen ist, heilt aber, indem ich mich zurückziehe und einfach in Ruhe meine Kräfte wieder sammle. Und wenn du deine Kräfte sammelst, kannst du dir gewiss sein, dass du Unterstützung hast dabei. Und es wird dir wieder gelingen, dein Herz zu öffnen, weil das Rad des Schicksals liegt dabei. Und es ist einfach für dich vorgesehen, dass du diese engen Verbindungen eingehen kannst oder schon hast. Genau. Gut, ich wünsche dir einen schönen Oktober und bis bald. Ciao, ciao.